Die Terroranschläge vom 11. September. Fast 3000 Tote und jede Menge offene Fragen. Wir sehen eine Vertuschung durch die Regierung der Vereinigten Staaten. Der Drahtzieher Bin Laden und 15 der 19 Attentäter stammten aus Saudi-Arabien. Es gibt eine Komplizenschaft der saudischen Regierung bei den Terroranschlägen. Welche Rolle spielte die Regierung Saudi-Arabiens bei den Anschlägen vom 11. September? Wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen die Wahrheit. Warum werden zentrale Dokumente dazu bis heute von der US-Regierung geheim gehalten? Und was ist heute, 20 Jahre nach den Anschlägen, über die Hintermänner der Attentäter bekannt? Dennis und Martin McGinley kommen jedes Jahr am 11. September hierher, um zu trauern. Ground Zero, wo die Türme des World Trade Centers standen. In einem davon starb am 11. September 2001 ihr Bruder Daniel. Mein Bruder Danny hätte alles dafür getan, um aus diesem Turm zu kommen. Ich weiß es, weil ich wenige Minuten vor seinem Tod noch mit ihm telefoniert habe. Er hätte alles dafür getan, da rauszukommen, um zu seiner Frau und seinen fünf Kindern zu kommen. Und alles, was wir, die Angehörigen von unserer Regierung, dem Justizministerium und dem FBI verlangen, ist Gerechtigkeit. Wenn es nichts zu verheimlichen gibt, dann leg doch alles auf den Tisch. Lass die Bürger der Vereinigten Staaten es sehen. Aber es wird alles unter Verschluss gehalten, geheim gehalten. Wir, die Familien der Opfer, dürfen es seit 20 Jahren nicht erfahren. Der 11. September 2001. Fast 3000 Menschen starben an diesem Tag durch die Terroranschläge. Eine Zensur in der Weltgeschichte und eine Kriegserklärung an die Drahtzieher. Jede Nation, die den Terroristen Unterschlupf gewährt oder sie unterstützt, wird von uns als feindliches Regime betrachtet. Feindliches Regime. Damit sind vor allem Afghanistan und die Taliban gemeint, die Al-Qaida unterstützt haben sollen. Doch der Drahtzieher Osama Bin Laden stammte aus Saudi-Arabien. Ebenso wie 15 der 19 Attentäter vom 11. September. Saudi-Arabien. Wichtigster arabischer Verbündeter der USA im Mittleren Osten. Waffenkäufer, Ölexporteur. Welche Rolle spielte die saudische Regierung, das saudische Herrscherhaus, bei den Anschlägen vom 11. September? Seit 20 Jahren gibt es immer wieder Hinweise, die bis nach Riyadh führen. Doch zentrale Dokumente zur Rolle Saudi-Arabiens werden von der US-Regierung bis heute geheim gehalten. Deshalb fordern einflussreiche US-Politiker nun vollständige Aufklärung. Es gibt immer mehr glaubhafte und bedeutsame Beweise, die eine Komplizenschaft der saudischen Regierung bei den Anschlägen vom 11. September belegen. Und das mag nur die Spitze des Eisbergs sein. Aber das amerikanische Volk verdient es, alles zu erfahren. Die offizielle Untersuchungskommission des US-Kongresses zu den Anschlägen des 11. September kam 2004 zu dem Ergebnis, es habe keine Beweise für eine Beteiligung der saudischen Regierung gegeben. Brett Eagleson glaubt das nicht. Er ist Sprecher der Familien der Opfer und hat selbst bei den Anschlägen seinen Vater Bruce verloren. Er macht der US-Regierung und Saudi-Arabien schwere Vorwürfe. Wir sehen eine Vertuschung, die mit Präsident Bush angefangen hat, die von Obama und Trump über Jahre fortgeführt wurde. Wir sehen eine Vertuschung durch die Regierung der Vereinigten Staaten, was Saudi-Arabiens Rolle bei den Anschlägen vom 11. September angeht. Darum geht es. Die beiden Attentäter Nawaf al-Hasmi und Khalid al-Midar. Sie kaperten eines der Flugzeuge am 11. September und steuerten es in das Pentagon. Im Januar 2000 kommen die beiden Attentäter in Los Angeles, Kalifornien an. Laut Ermittlern des FBI haben sie dort Kontakt mit einem Diplomaten aus dem saudischen Konsulat, Fahad al-Tumeiri. Und sie bekommen Hilfe von diesem Mann, Omar al-Bayoumi, der laut FBI mit dem Diplomaten im engen Kontakt steht. Es gebe Hinweise, hieß es damals, dass al-Bayoumi … …Mitglied des saudischen Geheimdienstes … …sein könnte. Die Ermittler sprechen von einer … …substantiellen Unterstützung der beiden Attentäter. …durch al-Bayoumi. Und es gab laut den FBI-Ermittlern damals einen dritten Mann in Kalifornien, der eine wichtige Rolle spielte. Osama Basnan, saudischer Staatsbürger, der die beiden Attentäter ebenfalls unterstützt haben soll. Auch hier hatte das FBI Hinweise, dass er … …Mitglied des saudischen Geheimdienstes … …sein könnte. Und … Nach CIA-Angaben bekam Basnan finanzielle Unterstützung und wahrscheinlich einen gefälschten Pass von saudischen Staatsangestellten. Er und seine Frau bekamen finanzielle Unterstützung vom saudischen Botschafter in den USA und dessen Frau. Die saudische Botschaft in Washington. Welche Rolle spielte sie bei dem mutmaßlichen Unterstützernetzwerk? Saudischer Botschafter zu der Zeit war Prinz Bandar bin Sultan, Mitglied des saudischen Königshauses und enger Freund von Bush Senior und Bush Junior. Was wusste Prinz Bandar über die mutmaßlichen Unterstützer der Attentäter? Der Prinz habe eine zentrale Rolle gespielt, sagt Kenneth Williams, der fast 30 Jahre beim FBI für Terrorbekämpfung zuständig war. Heute arbeitet er für die Anwälte der Opferfamilien und konnte viele geheime Dokumente einsehen. Prinz Bandar war ein sehr mächtiger Mann. Er steuerte den saudischen Geheimdienst von Washington aus und er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu der Bush-Familie. Er hatte quasi freien Zugang zum Weißen Haus. Aber das war 2004. Was aber kaum jemand weiß, ist, dass man hier in der FBI-Zentrale in Washington DC entschied, die Ermittlungen noch viele Jahre weiterlaufen zu lassen, bis 2016. Der Investigativjournalist Sebastian Rotella hat im vergangenen Jahr nach einer monatelangen Recherche erstmals den Namen der geheimen FBI-Operation öffentlich gemacht, Operation Encore. Ich denke, dass das Team von Operation Encore immer mehr Indizien gefunden hat, die immer mehr Fragen aufwarfen. Aber alle diese Indizien hatten eins gemeinsam. Sie deuteten auf Personen hin, die mit der saudischen Botschaft in Washington, dem saudischen Konsulat in L.A. und dem Ministerium für religiöse Angelegenheiten in Saudi-Arabien zu tun hatten. Gab es also Verbindungen zwischen den Attentätern in Kalifornien und der saudischen Botschaft in Washington? Kaum nachzuvollziehen, denn bis heute sind fast alle Dokumente zu den FBI-Ermittlungen von der US-Regierung unter Verschluss oder geschwärzt. In einem zu großen Teilen unkenntlich gemachten Dokument von 2012 heißt es zu den Ermittlungen, dass FBI habe Beweise, dass Al-Thumeiri und Al-Bayoumi beauftragt hat, die Attentäter zu unterstützen. Ein Auftraggeber der mutmaßlichen Terrorunterstützer? Ein Befehl von ganz oben sozusagen? Im vergangenen Jahr passierte Erstaunliches. Das FBI veröffentlicht, aus Versehen wie es heißt, in einem Nebensatz den Namen des mutmaßlichen Auftraggebers. Jara. Brisant. Denn laut ehemaligen Ermittlern arbeitete ein Musiad al-Jara in der Zeit vor den Anschlägen als Diplomat in der saudischen Botschaft in Washington. Also die Botschaft, die Prinz Bandar, Mitglied der saudischen Herrscherfamilie, seit 1983 leitete. Hatte ein Diplomat aus der saudischen Botschaft die Anweisung gegeben, die Attentäter zu unterstützen? Falls ja, müsste das der Prinz gewusst haben, sagt Williams. Aufgrund meiner langen Erfahrung in der Spionageabwehr und Terrorbekämpfung weiß ich, dass der saudische Geheimdienst sehr professionell arbeitet und sehr leistungsfähig ist. Und es ist, denke ich, nahezu unmöglich, dass der Prinz nichts von den Aktivitäten des Geheimdienstes wusste. Hinzu kommt, zahlreiche Beweismittel beim FBI sind angeblich verschwunden. Laut den Familien der 9-11-Opfer fehlt etwa ein Video eines saudischen Staatsangestellten und den Attentätern. Telefonaufzeichnungen seien verschwunden. Ein Foto. Und sogar ein kompletter FBI-CIA-Bericht über Saudi-Arabiens Rolle beim 11. September. Alles verschwunden? Vielleicht war es ja nur Schlamperei. Aber wenn gleich sechs oder sieben Beweismittel auf einmal verschwinden, dann muss es einen anderen Grund geben. Ich habe 30 Jahre beim FBI gearbeitet. Und ich kann Ihnen sagen, die arbeiten nicht so schlampig. Die arbeiten sehr sorgfältig. Beweise, die aus unerklärlichen Gründen verschwinden? Ermittlungsergebnisse, die unter Verschluss gehalten werden? Wie kann das sein? Im vergangenen Jahr erklärte der Justizminister der Trump-Regierung, William Barr, Der nationalen Sicherheit oder doch den Rüstungsgeschäften? Schließlich schloss Trump schon 2017 mit den Saudis Waffengeschäfte im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar ab. Alle US-Präsidenten seit dem 11. September pflegten enge Beziehungen zum wohlhabenden Saudi-Arabien, im militärischen Bereich genauso wie bei den Geheimdiensten. Ich denke, es spielt keine Rolle, ob wir eine demokratische oder republikanische Regierung haben. Die politische Richtung spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist die Entschlossenheit der Geheimdienste. Es ist eine eigene Maschine, die läuft, egal wer an der Macht ist. Und diese Geheimdienstmaschinerie befürchtet, dass Dinge ans Tageslicht kommen könnten, die heikel sein könnten, sowohl für die US-Regierung als auch für die saudische Regierung. US-Präsident Biden hatte immerhin Anfang September angeordnet, die Veröffentlichung weiterer Dokumente zu prüfen. Nun veröffentlichte das FBI ein neues Dokument, das enge Kontakte zwischen den Terroristen und saudischen Regierungsmitarbeitern auflistet. Die Opferfamilien sehen sich bestätigt und fürchten doch, dass wichtige Beweise weiter zurückgehalten werden. Das Justizministerium und das FBI wissen doch seit Jahren, was sie haben. Sie brauchen nicht noch mehr Zeit zum Prüfen. Sie versuchen nur Zeit zu schinden, um es bis zum 12. September zu schaffen, weil jetzt gerade die Augen der Welt auf die beiden Regierungen und die Opferfamilien von 9-11 gerichtet sind. Menschen wie Dennis und Martin McGinley. Die Geheimhaltungspolitik der US-Regierungen empfinden sie als Schlag ins Gesicht. Auch weil sie und viele andere Angehörige der Opfer Saudi-Arabien auf Schadenersatz verklagen wollen. Ich denke, es geht unserer Regierung darum, die guten Beziehungen zu Saudi-Arabien nicht zu beschädigen, unserem sogenannten Verbündeten. Wir kaufen deren Öl, die kaufen unsere Waffen. Wir fordern unsere Regierung und das FBI auf, endlich mit uns, den Angehörigen der Opfer, zu kooperieren, damit die Wahrheit ans Licht kommt und dieser 20-jährige Albtraum endlich ein Ende hat. 20 Jahre nach 9-11 und noch immer keine Aufklärung. Von der saudischen Regierung bekommen wir auf Monitor-Anfrage keine Antwort. Die Rolle Saudi-Arabiens bei den Anschlägen vom 11. September, sie wird wohl ein Staatsgeheimnis bleiben.